Mein Name ist Gerold Zwick. Ich spende meine Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Samtgemeinde Jümme in der Funktion als Gemeindebrandmeister. Bei der Feuerwehr sind eigentlich drei Elemente. Menschlichkeit, anderen Leuten was Gutes zu tun, Technik, die einen begeistert und auch die Teamfähigkeit, die Teambildung zusammen. Das werden wir immer einsetzen, immer wieder, dass wir nur gemeinsam als Team erfolgreich unser Ziel auch erreichen können. Mit Eltern bin ich in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Mein Onkel war damals aktiver Feuerwehrmann und auch Betreuer in der Jugendfeuerwehr. Hatte mich natürlich auch recht schnell überzeugt und da bin ich so dabei geblieben. Gerade die Jugendfeuerwehrzeit war eine spannende Zeit, viele Wettkämpfe, Zeltlager und viel Spaß zusammen gehabt und habe mich dann über mittlerweile 40 Jahre entsprechend weiterentwickelt, Feuerwehrlehrgänge teilgenommen, Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt. Und jetzt bin ich Gemeindebrandmeister. Ich denke mal das Gefühl, was Gutes zu tun, das ist immer wieder, was mich auch bestärkt, das weiterhin zu machen. Es ist zeitaufwendig, man muss sich da viel engagieren. Nur wenn man dann gemeinsam wieder das erreicht hat, das Ziel, das Haus gelöscht hat, eine Person aus dem verunfallten Auto geholt hat und alles gut geklappt hat, dann sagt man, alles wieder richtig gemacht. Teilweise bekommen wir auch Briefe oder Leute Kompassionen vorbei und bedanken sich und dann sagen wir eigentlich, haben wir alles richtig gemacht.